Wie man dem Shit-End nehmen kann, ist es gerade mal 15 Minuten her, seit ich dieses bravouröse Szenario bei The Battle of Olympus hatte. Zur Beruhigung möchte ich jetzt ein paar Heckmonds-Folgen aufnehmen, 200 Zahlen in die Woche vorzukriegen. Hey, Raikou! Äh... Nee, ich will mir nicht schon meinen Rockmecker verbraten. Ach, wir gucken erst mal mit dem Videogator, was er macht. Ohohohoho! Was? Okay. Sehr gut. Dann machen wir jetzt Rollout. güzel, weil... Das ist gar nichts... Ohliiiin! Die Toxic Spikes, die werden mich so rankriegen, glaube ich! Damage! Okay. Und dazu musst du eigentlich erst mal aus dem Spiel nehmen, dass was anderes vergläbtet werden kann, und da sieht doch gerade gar nicht mal schlecht aus. da bin ich aber leider im rohr gefangen das heißt leider das ist jetzt weg ich wollte eigentlich mit dem delegaten nämlich noch mal tanken aber so geht es ja auch wenn jetzt roh und alles vernichten wird das ist eine gewagte wahl wie mag da waren wir auch bei dort gewesen ich lasse schon ja auch das dürfte sehr spannend werden noch mal die negatoren wünschen aha das ist schlecht okay dann will ich doch lieber ich bin ja schnell egal da war ich seit jetzt ist ja scheißegal attacke geht daneben so oder so ist jetzt gar nicht mal so schlimm gewesen habe ich mich wieder für dumm gehalten war es nicht unbedingt das ist super ja das hat schon echt ich hab da was bestimmt ist vergessen ich hoffe ich mache das nicht so viel schade okay gut das ist leider wenig naja gut er wird eh wieder runter jawohl gebetet das dürfte denn jetzt ja wohl hinhauen sehr gut leider habe ich nicht nur ja natürlich leider nicht nur für coolen team sonst hätten wir hier ein headwick gehabt vielleicht ist mir gut nein er hat noch schon das auch nicht gerade gut auf dem ja ich weiß ich weiß ich muss den satz nicht zu ende sprechen hm was macht man da das ist eine gute frage das ist eine sehr gute frage was hat der brick breaker jetzt das mal vergiftet kann es nicht werden das war mir erst mal am wichtigsten kann ich damit ich vergifte ihn ja vergiften ist gut ich bin die ganze vergiftet ich verwirre ihn erst mal so jetzt muss ich tatsächlich gestehen ich weiß nicht ob geist auf kampf funktioniert warte mal ich gebe das mal ein mit monischem immunitäten keine ja gut also das funktioniert echt nur bei geist pokémon was ist das jetzt blöd naja gut ich habe immer noch das hier und er trifft mit entfernen und nicht was mir nur zugute kommt ja wunderbar leider jetzt ja gut dann werden wir uns jetzt gegenseitig rausnehmen hier oha es dürfte noch ziemlich knapp werden das ganze gehe ich von aus gut dass er erstmal noch schon reingeschickt hat er hätte ja was anderes rein schicken können so was mache ich jetzt eigentlich muss ich echt auf Explosionen gehen aber vielleicht kriege ich noch einen boost mit Antikkraft das wäre natürlich perfekt scheiße oh gut ich hab durch die Beere überlebt hätte ich jetzt nicht durch die Beere überlebt hätte ich jetzt nicht explodieren können oh mein Gott ist das gut dass ich das noch machen und wie schnell ist das das hat Wimp out das heißt wenn man sich trifft dann bin ich vor allem das hätte sowieso Fusion Board Scheiße das Ding kann nicht effektiv treffen das ist Mist ich hab nicht oh mein Gott oh mein Gott das ist perfekt gewesen das hat mir sehr viel Spaß gemacht okay nein 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 oh nein das das gibt es nicht das gibt Alter bitte was das ist nicht nur dass das eine effektive Attacke hat das hat auch schon wieder parenting Bond ist das Glück ich hab verloren ich hab verloren ich hab verloren hä hä aber Aquatail ist das nicht ein Moment das gebe ich jetzt schon wieder ein weil warum nicht ne ist das nicht ein physischer Angriff das macht ja schon ein Tail das ist ja mein Begriff mit dem Schweif an ja das ist ein physischer Angriff wie geboostet da dann bitte sein okay muss ich nicht verstehen oder ja komm ich hätte mich auch wieder hoch heilen können mit mich mach ich mir ja ich hab immer noch ich hab immer noch 3% übrig und genau das ist der Schlüssel komm heil dich wieder hoch scheiße was fuck ah weil das ein Prio-Move ist oder oder bin ich jetzt blöd ne keine Ahnung Mann ey jetzt ist Schatten der Revelation Dance wird zum Wasser das kann ich nicht bringen das ist blöd flinchhanks hätte ich noch Moongastbeam alter no way ey ich kriege ihn nicht mehr gebacken scheiße spannender Kampf tatsächlich boah nicht schlecht ja bis morgen dann zum nächsten Kampf tschau 2 5 6 5 6 7 8 8 9 9 10 10